Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Sind die noch nicht fertig? Nein, wenn sie noch fertig machen. Sind das Zeichnungen der Stiftung für Kinder in der Schweiz? Ja, genau. Also das, was Mami und Papi euch immer sagen. Z ist, man muss aufpassen, wenn man über die Strasse gehen muss. Das hast du heute Morgen nicht gemacht. Hast du dich heute Morgen überhaupt zusammengeputzt? Mit ihrer Unterstützung kann die Stiftung das Malbuch mit den Gefahren wieder realisieren. Hilfen Sie mit!